Heizung Online hat sich im letzten Jahr erfolgreich im Markt etabliert. Wir haben mittlerweile über 200 teilnehmende Fachpartner und mehr als 100.000 Zugriffe auf der Webseite im Quartal. Für unsere Fachpartner sind beide Bestandteile von Heizung Online interessant. Auf der Webseite heizungonline.de erhält der interessierte Endkunde auf Basis seiner Heiz- und Wohnsituation Vorschläge für Fachpartner aus seiner Region sowie einen Systemvorschlag mit individueller Preisindikation vom ausgewählten Fachpartner. Wir als Weiland übernehmen das Online-Marketing der Seite heizungonline.de und auch die telefonische Vorqualifizierung der Endkunden. Zudem kann der Fachpartner Heizung Online auch auf seiner eigenen Webseite integrieren. Der zweite Bestandteil von Heizung Online, die Weiland Projekt-App, hilft dem Fachpartner in der Bearbeitung der Endkundenanfragen. Sie erleichtert die Angebotsgenerierung vor Ort durch die Schritt-für- Schritt-Beratung und auch durch die individuell hinterlegten Preise. Außerdem interessant für den Fachpartner, dass er sie auch für eigene Projekte und somit sein Tagesgeschäft die effiziente Bearbeitung hier einsetzen kann. Weiland führt auch dieses Jahr wieder zahlreiche Informationsveranstaltungen und Trainings deutschlandweit durch. Bei Interesse wenden sich gerne an ihren zuständigen Außendienstmitarbeiter von Weiland.